Hast du dich schon mal gefragt, warum die Sonne eigentlich irgendwie immer hinter einer Wolke zu sein scheint? Und drumherum ist es meistens frei, also so wie jetzt da. Manchmal auch hier oben ist es dann frei und da ist wirklich eine Wolke genau vor der Sonne. Dann bleib dran! Ja, ich befinde mich hier gerade im Raum München, leicht außerhalb. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen freie Fläche und nicht alles dicht an dicht. Der Grund ist, weil wir gerne diese Polymerfasern, die wir schon öfters mal gehört und gesehen haben, sammeln wollen. Das ergibt dann so ein Knäuel, wie du hier ganz gut erkennen kannst. Und diese Polymerfasern, die setzen sich ja so ab. Das sind ja so spinnenwebenartige Strukturen. Das sind so synthetische Spinnenweben, Mikroplastik. Da wollen wir nochmal genauer hinschauen, was da denn auch wirklich dran ist. Und deswegen, weil wir wissen wollen, wie diese Fasern wirklich aufgebaut sind, sind wir jetzt hier gerade draußen, um diese Fasern erstmal zu sammeln überhaupt. Und das ist schon mühsam genug. Denn für diese kleine Probe hier, die man hier ganz gut sehen kann, diese Knäuel da unten, habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht, die ich quasi über so ein Feld gegangen bin und dann ganz vorsichtig mit diesem Gläschen, dann auch eine Pinzette und so weiter, diese Fasern eingesammelt habe. Und die muss man dann auch zusammenrollen und so weiter, dass sie dann auch nicht im Wind davongetragen werden. Also es ist sehr, sehr schwer, diese Fasern zu sammeln. Das ist natürlich alles bewusst so gemacht. Das ist ja klar, ansonsten könnte ja jeder diese Fasern sammeln und man wird die vor allen Dingen auch sehr schnell sehen. Deswegen sind sie so schwer ausfindbar. Und da brauche ich jetzt im Prinzip deine Mithilfe, wenn du Lust hast, mitzumachen und diese Faser mit einzusammeln. Wenn du vor allen Dingen schon weißt, wonach du schauen musst, dann bist du herzlich willkommen, hier mitzuhelfen. Was du dazu tun darfst, ist folgendes. Du suchst dir so einen Acker, wie wir den jetzt hier vor uns haben oder auch so hohes Gras. So hohes Gras ist meistens noch besser, also halt so diese Höhe. Denn dann sammeln sich diese Polymerfasern, die vom Himmel herabsinken, die bleiben dann hier so hängen und ergeben so ein leichtes Netz über dem Boden. Und auf so einem Acker sieht man die aber sehr, sehr gut. Deswegen habe ich den Acker angesprochen, weil der Acker hat einen hohen Kontrast zu den Fasern. Wenn die Sonne am Abend oder sowas oder auch am frühen Morgen, wenn die Sonne in einem gewissen Winkel steht, sagen wir mal so weit über dem Boden, dann reflektiert das Sonnenlicht auf diese Fasern, die überall liegen und reflektiert dann zu dir. Und dann kannst du die Fasern sehr, sehr gut erkennen. So kannst du überhaupt erst mal schon mal sehen, wo befinden sich diese Polymerfasern, weil das sind nicht alles Spinnweben. Und dann suchst du dir halt so Gräser, wie ich sie gerade hier vor mir habe und nimmst dann irgendwie einen Stock oder sowas oder einen Plastiklöffel oder so und gehst mit dem Plastiklöffel genau auf der Höhe des Grases durch, zwischen den Gräsern durch, weil die sammeln sich genau dazwischen ab, gehst du da durch und dann bleibt da was hängen. Und das machst du dann ungefähr mal eine Minute lang und fährst dann mal so die Gräser ab und dann schaust du mal, was an dem Stock oder an deinem Gegenstand hängen geblieben ist. Und das musst du dann versuchen einzusammeln und dann in dieses kleine Glas zu bringen. Und wie gesagt, dieser kleine Knäuel hat mich eine Stunde Arbeit gekostet. Deswegen auch die Bitte, dass du hier mithilfst und wir gemeinsam einfach schneller vorankommen. Du kannst auch alternativ zu einem Baum gehen und wenn der Baum nicht zu groß nach außen ausläuft, sondern relativ schmal ist und wenig Blätter vielleicht hat, dann kommen diese Fasern auch, sinken ab und werden dann vom Wind an diesen Baum herangetragen und setzen sich dann am Baum ab, an der Rinde. Aber immer aufpassen, dass du keine Spinnenweben einsammelst, die erkennst du relativ gut. Diese Plastikpolymerfasern, die sind ganz, ganz fein und ziehen sich so durch und manchmal verklumpen die auch schon von vornherein und ergeben dann richtig dicke Fäden. Das kannst du dann auch ganz schnell erkennen. Das sind dann auch keine Spinnenweben mehr. Aber das werden wir dann sehen. Wir werden einfach mehrere Proben dann einschicken und dann sieht man ganz schnell, was Spinnenweben sind und was halt eben diese Mixtur des G-Engineering ist. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es ist nicht so, dass diese Fasern dauerhaft sichtbar sind. Also es wird im Sommer oftmals mehr gesprüht als im Winter beziehungsweise im Winter ist die Nässe einfach höher und deswegen sieht man diese Fasern sehr, sehr schlecht. Also wenn es trocken ist, dann kannst du es eigentlich immer alles besser erkennen. Einfach mal ein bisschen darauf achten, immer wenn du so ein bisschen mal spazieren gehst, draußen unterwegs bist, ob jetzt gerade gesprüht wird, auf der Himmel blau ist oder komplett dicht. Und meistens werden diese Fasern sichtbar, wenn der Himmel blau ist, gesprüht wird, du diese Schleierwolken hast und alles relativ trocken ist. Dann einfach mal über die Felder gehen und ein bisschen schauen, ein bisschen Ausschau danach halten und dann einfach im Hinterkopf haben, dass du eventuell vielleicht so ein Glas dabei hast, vielleicht auch immer eine Pinzette dabei hast. Oder wenn du bei dir auf der Ecke zu Hause spazieren gehst, dann kannst du auch mal schnell nach Hause gehen und das Ganze einsammeln. Und wenn du gute Aufnahmen machen kannst, schick gerne diese Aufnahmen auch gerne an fotos.wetteradler.de mit dem Titel Aufnahme Polymerfaser. Weil die kann man sehr gut gebrauchen, um den Menschen einfach zu zeigen, hey, das ist so viel, das sind keine Spinnweben. Und jetzt noch ein paar Worte zu dem Himmel, den wir gerade hier über uns haben, weil den haben wir eingangs erwähnt. Wenn der Himmel bei dir genauso aussieht wie bei mir hier gerade, dann hast du es sehr wahrscheinlich mit künstlicher Bewölkung zu tun. Wohin das Auge reicht, ist einfach nur grau in grau. Das liegt eben daran, dass diese Stoffe, die gesprüht werden, über dieser Wolkendecke, achte mal drauf, sobald du Wolkenlöcher findest, so wie jetzt hier oder auch noch größere Wolkenlöcher oder einfach dünner, dann siehst du darüber meistens Flugzeuge, die fliegen. So Chemtrails wie da hinten. Also die sprühen weiter. Die sprühen dauerhaft. Die machen da keine Pause, die Jungs. Und diese Stoffe, die verteilen sich. Und in einer gewissen Höhe werden die dann durch das Global Weather Network, also das Wetterradarnetzwerk, was durchaus aus Satelliten sind, werden diese Einheiten gezündet. Und dann wird die Feuchtigkeit, die in der Atmosphäre frei herumfliegt, dazu gezwungen, über die technische Ionisierung, also die Aufladung der gesprühten Teilchen, in einer bestimmten Höhe zu kondensieren. Und dann, deswegen ergibt das diese sehr, sehr flache Schicht. Deswegen ist das Wasser, was in der Atmosphäre ist, nicht so frei, dass es sich zu dynamischen Wolken bildet, so wie jetzt hier jetzt eingeblendet. Das wären eigentlich die natürlichen Wolken, die normal entstehen. Sondern das Wasser wird vorher abgefangen, in irgendeiner Form. Und dann ergibt das eben durch diese Zündung der Frequenzen, da hinten sieht man auch diese Rippchen, oder hier nochmal eingeblendet, diese klassischen Strukturen der Frequenzen, die dahinter stehen, die dafür sorgen, dass diese Wolkendecke auf einer Höhe gezündet wird. Und wenn das wirklich sehr, sehr dicht ist, dann siehst du diese Frequenzen nicht. Dann ist es einfach nur grau. Aber je mehr der Himmel frei wird, und da kann man eben auch mit diesen Skalar-Energie-Geräten arbeiten, die wir auch anbieten. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann geh gerne auf unsere Website unter Sky Balance, Atmosphären Balance, kannst du sehen, wie diese Geräte funktionieren. Kannst sie auch selber bauen. Wir haben auch gerade einen Aktionenlauf zu Halloween, um diesen dunklen Ritualen ein bisschen dagegen zu wirken. Alles 20% günstiger, also alle Workshops 20% günstiger. Und mit diesen Geräten kann man eben die Atmosphäre, den Elektrosmog in der Atmosphäre entstören, die natürlichen Energien wieder höher fließen lassen. Und dann dünnt sich der Himmel aus, und diese Wolkendecke bricht sich auf, und dann beginnst du ganz schnell, diese Rippchen zu sehen. Denn diese Technologie macht das Geoengineering sichtbar, die Manipulation hinter dem Wetter. Ja, guten Morgen. Es ist 10.35 Uhr hier in der schönen Schweiz. Das ist recht zu alles. Hier in der Ostschweiz, ganz in der Nähe von Dichtenstein, die die Fahne hier kennen. Und jetzt bringe ich mal meine Energieprodukte auf den Balkon und schau mal, was passiert. Wir hören uns gleich wieder. Ich melde mich zurück. Es ist 12.15 Uhr, eine Stunde 40 Minuten später, nach der letzten Aufnahme, damals, wo noch die Wolkendecke komplett zu war, keine Sonne durchkam. Jetzt ist alles aufgerissen. Es ist super tolles Wetter. Es ist super hell. Schöner Sonnenschein hier hinten. Dicht. Zum Abgleich hier nochmal die Fahne. Ich bin immer noch am gleichen Ort, aber direkt über mir. Wunderbar. Herrliches Wetter. Die Sonne scheint. Und ich zeige euch gerne die Energieprodukte, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben. Richtig viel Power. Danke an den Wetteradler. Und einen schönen Tag zusammen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Sammeln der Fasern. Wenn du dich dazu entschieden hast, hier mitzuhelfen, mitzuwirken, viele Augen, viele Hände sehen und finden mehr. Denn die Jungs und Mädels vom Geoengineering haben sich hier wirklich ins Zeug gelegt, in den Labors diese Fasern so klein wie möglich zu gestalten, sodass sie dem Großteil der Menschheit verborgen bleibt. Wir schauen aber genau hin und wollen es genau wissen und genug Material sammeln für verschiedenste Arten der Proben. Wenn du das Gefühl hast, du hast genug gesammelt, so Fingernagel groß ungefähr, dann pack es bitte in so ein Glasfläschchen, dass es einfach nicht irgendwie eine Plastikflasche ist oder sowas. Und dann vielleicht auch noch in Aluminiumfolie einwickeln, sodass es durch Strahlung und elektrische Felder nicht beeinflusst wird, weil wir eben nicht wissen, ob diese Fasern oder was an diesen Fasern dran ist, irgendwie auf elektromagnetische Strahlung reagiert oder sich auch selbst auflöst und solche Geschichten. Dann schick gerne eine E-Mail an info.wetteradler.de. Wenn du denn so eine kleine Probe hast, dann besprechen wir alles Weitere. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.